Was sind denn die absoluten Highlights, wo Sie sagen, da fahren die Leute drauf ab? Also die richtigen Highlights, die haben wir ums Eck. Da füllen Sie es einfach mal drum herum. Ja, gerne. Ich gehe Ihnen nach. Oh ja. Das ist hier jetzt die Sportlerabteilung, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, Sport und Reise vor allen Dingen. Okay. Hier haben wir den Klassiker für den Golfspieler. Da gibt es wirklich benutzte Golfschläge, festgemacht in der App. Heißt, wenn ich mal ein Hole-in-One geschlagen habe, dann komme ich zu Ihnen und Sie rahmen mir das Ganze ein? Ja, oder halt mit Originalunterschrift von Tiger Woods als Beispiel. Oder das? Zwei sehr realistische Sachen in meinem Fall, ja? Die haben auch selbst immer ein Golfbälle gesammelt als Beispiel. Das ist halt in den Mall-Lab auch eine Möglichkeit, die sich an die Wand zu bringen und halt auch den Verwandten oder den Bekannten zu zeigen. Oder wenn ich Naturfam bin, hier Holz und was haben wir hier noch? Moos. Ist das hier echtes Moos? Das ist ein echtes Moos. Das ist konserviert und eingefärbt. Bleibt aber trotzdem so weich und lauschig. Das heißt, da wächst mir also auch kein Baum dann irgendwie raus? Nein, nein, nein. Okay. Und hier noch den Ball. Das ist ein echter gespielter Ball, den wir einerseits so ein Programm haben, andererseits, ganz wichtig bis letzten Endes, dass wir auch den Gespielten, dass wir Ihn, Ihren gespielten Volleyball oder Ihren Ball da reinbringen. Ausatmen